Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Ein denkwürdiger Wahlabend, erst liegt das Lager von Ministerpräsidentin Andersson vorn, dann kippt die Lage zugunsten des konservativen Herausforderers Christasson. Ein dritter spielt eine Schlüsselrolle. Stockholm, deutsche Presseagentur, Schweden steht am Morgen nach einem denkwürdigen Wahlabend weiter ohne Wahlergebnis da und muss sich auf ungewisse Zeiten gefasst machen. Ein führender Wahlexperte des schwedischen Rundfunks, Mats Knudson, sagte am Montag in einer ersten Analyse, bleibe es bei den derzeitigen Zahlen, dann sehe es nach einem bevorstehenden Regierungswechsel aus. Da die letzten Stimmen aber noch nicht ausgezählt worden seien, bestehe auf Seiten des Lagers von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson weiter ein Funken Hoffnung. und press die Bellen Icon und Like our Video und Share mit your Freund und Familie. Danke sehr für die Zuschauen, danke.